Hallo und einen wunderschönen guten Morgen und wir starten in eine ganz besondere Wetterwoche, denn nun ist ja so langsam der Herbst da und in den nächsten Tagen wird es noch deutlich kühler und auch klatschnass. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, schauen wir uns natürlich erst einmal die Wetterentwicklung für die nächsten 24 Stunden an. Und da gibt es in der Nacht weitere schauerartige, teils gewittrige Regenfälle, die von Westen nach Ost ziehen. Dahinter, also zum frühen Morgen beruhigt sich das Wetter vorübergehend mal im Westen. Und an der Nordsee kommt dann auch so langsam der Sturm auf, der intensiviert sich auch noch im Laufe des Dienstages. Und dann kommen dort im Nordwesten schon die nächsten schauartigen und heilsgewittrigen Regenfälle auf. Das wird dort ziemlich ungemütlich. Ansonsten lassen die Schauer im Osten und im Südosten vorübergehend mal nach. Und dann zeigt sich auch mal ein bisschen die Sonne. Die Temperaturen, die steigen übrigens dazu meist auf rund 20 Grad. In den höheren Lagen ist es mit zwei, drei Grad ein bisschen kühler. Und dann schon mal vorab gesprochen für die darauffolgenden Tage. Es geht klatschnass in Deutschland weiter. Die Hochwassergefahr steigt deutlich an. Was uns da blühen könnte, erfahrt ihr in unseren anderen Videos im Laufe des Tages ganz frisch für euch aktualisiert. Schaut da auf alle Fälle rein. Das wird ziemlich spannend. Euch jetzt aber erst einmal einen schönen Start in diese neue Woche.